Ich versuche das Video zu machen, wenn Menschen mit ihrem Leben in Deutschland zufrieden sind. Es war am Anfang schon schlimm, aber ich meine, es hat sich geklärt. Okay, also jetzt ist es noch besser, es wird besser, weil da gibt es eigene Programme, die das machen. Okay, ich bedanke Ihnen. Dankeschön.